Ich bin drin? Ich bin nicht auf der Karte nicht. Hast du noch recht? Ja, kein... Alter, wo bin ich hier? Und zieh dich an den Film. An den Film. Normalerweise ja. Normalerweise gibt es ja auch irgendwelche von mir. Also ich glaube, ich penne einfach hier heute. Nee, eben nicht. Alter, schläft hier halt auch nicht. Mach halt irgendwas und dann passt ich es wieder. Wie gesagt, ich bin heute nicht mehr nach Hause. Du bist doch gar nicht weit weg. Trotzdem nicht. Jetzt komm. Ja, dann sag mir doch wohin. Dann dreh dich 360 Grad. Dreh dich ein bisschen nach rechts. Da hat wohl jemand in Mathe nicht aufgepasst. Tja. Nach rechts. Wie? Nach rechts. Nach rechts von dir. Nach hinten legen. Ach egal. Los, mach du es mal, Yannick. Okay. Das ist mir zu anstrengend. Danke. Danke. Ich hab dich schon super gern. Ich hab dich schon super gern. Danke sehr. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ahn. Aber Goodl, in so einem Bett kann doch immer nur eine Person schlafen. Bin ich bei dir, Ben. Bin ich bei dir, Ben. Das ist irgendwie gruselig. Ähm. Wenn du bei mir vorbeikommst, dann könntest du vielleicht ein bisschen Kohle von mir haben. Ja, du. Vergeudel. Naja. Ja, mach die Tür zu. Ich geh hier nicht raus. Merke ich. Rüttel. Haben wir da nicht die... Mal. Ich mach dir hier meine Fackel rein. Jetzt findest du das. Gerne. Yay. So. Ähm. Es geht grad schlecht. Ähm. Okay. Ich sag's dir nicht. Hehehehe. Hehehe. Wir wollen ja hier nicht vulgar leer werden. Äh, Mann. Ich wollte eigentlich hier das Haus mit den anderen verbinden, aber da wohnt ja einer. Warte. Wo wohnt einer. Ah, da gleich neben mir. Ach so, das bin ich. Hehehe. Oh, ich seh dich da unten. Nein, dein Name ist ganz schwach. Nein, dein Name ist ganz schwach. Ja, ich bin grad auf Suche. Wenn er den Schatz. Ja, mir geht's gut. Ja, Digga. Ich mach dich platt hier. Ja, Digga. Ähm. Ja, ich hab das. Ja, da ist noch was drinne. Guck mal, Creeper. Ich kann dich zwar nicht sehen, aber ich kann dich hören. Ja. Hehehe. 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 Wo warst du? Wo bist du gestorben? Es war nicht weit weg. Du brauchst jetzt nicht nach oben rennen und mich retten. Ist okay. Will dich auch gar nicht. Ich wollte nur wissen, wo du gestorben bist. Wollst du nur die Sachen machen? Hehehe. Nein, wollt ich gar nicht. Du kannst dich denn ändern, nein. Nein, mein ich dich überhaupt nicht. Mach die Augen auf. Ah, du witzbeut. Da hinten ein Creeper explodiert. Du bist ein Enderman. Was ist das? Weil er mir nicht richtig ist. Ja, ich komm ein Enderman. Huh. Komm hier. Ich bin der. Komm mal her. Da kann ich mir gleich einen Bogen bauen. Hehehe. Damit du uns alle abschießen kannst. Ich schließe da als allererstes ab. Ja. Das ist die Wahrheit. Ich schlage ich als erstes. Och Gott, ich bin am Ende der Map. Ja. Ekelig. Ich war halt weg von euch, genau. Huuuuiiii. Ne. Eigentlich... Was? Das liegt nicht an euch. Das liegt an dir. Ne, ist okay. Das liegt an Bigfoot. Das liegt an Bigfoot. Was? Das ist ein Bigfoot liegt. Ne. Immer aufs Hühnchen. Kann ich dich vielleicht umstimmen, den ich dir einen Bogen schenke? Kann ich dich damit umstimmen? Ich hab Diamanten gefunden. Das war von der Eisenspitze, gell? Jo. Okay. Kannst du es gar nicht schon fast die Sauberfläche machen, oder? Na, ich hab ne 3 Stücke gefunden. Okay. Dann machst du den Diaspitzhacken. Hör auf! Ja, mach ich auch. Doch klar, immer einen Diaspitzhacken machen als erstes. Ich hab gestern mit einem gespielt, der hat eine Diaschhaufel gemacht. Oh Gott. Die Leute, die mal einmal anfangen, die ihr Schwert machen. Finde ich aber auch unnötig. Ich kann mir jetzt suchen. So, meinen Diamanten. Meins. Soll ich dich vielleicht retten kommen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Wie geht's los? Hallo. Ja, ich start gerade in Minecraft. Ja, 19 Uhr hast du mal geschrieben. Okay. Okay. Ach komm, lass mich in Ruhe. Warum ist das zu spät? 2 Bigfoots. Der Grund auf alles ist 2 Bigfoots. Geht doch nicht rein. Danke! Alter, jetzt kommt... Ah, jetzt kommt dieses Gelaber. Streitet euch doch nicht. Wir finden uns im Server, wo du unterbrochen bist. Ich brauche eine Einladung. Geht bei mir auch. Ja toll, und du hast mein ganzes Zeug eingesammelt. Eingesammelt. Nein, jetzt stank. So, was macht ihr hier? Das? Ich hab grad was aufgesammelt. Ich hab grad was aufgesammelt. Ich hab' nichts aufgesammelt. Ich hab' nur noch mal aufgesammelt. Es hat mir Bigfoots eine Spielanleitung. Ja. Bigfoots? Bigfoots? Das ist eigentlich ein Huhn oder eine Ente? Das ist eine Ente! Das ist eigentlich ein Huhn oder eine Ente? Das ist eigentlich ein Huhn oder eine Ente? Ich bin bereit auf eine Kreuzung halt. Nee! Wissen nicht! Huh? Hallo? Ich werde mir jetzt ein bisschen Essen sammeln und ich werde den Gurdeln nichts abgeben. Gar nichts! Gar nichts! Kein Stück Fleisch! Nein! Ein bisschen! Ich hab'n Bogen! Ich hab'n Eisenschwert! Ich hab'n Steilschwert! Ich bin auch glücklich! Jetzt! Ich hab' auch Hunger! War aber sogar ein echtes! Oh, das ist witzig! Seid ihr jetzt alle schon drinnen im Spiel, oder? Ja! Ja! Bei mir steht immer noch Spiel verlassen! Weil ich hab'n vorher eine Entladung bekommen und jetzt wieder eine! Das ist Wein! Komm her! Komm her! Damit der Gurdeln dich nicht kriegt! Oh, da ist ein Huhn! Hallo! Ah! 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 Echt guter Flachwärts! Ah! 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 Wahrscheinlich! Ich hab' schon immer die ganze Party eingeladen! Das heißt, er sollte eigentlich meinen Namen auch schon haben! Weil eigentlich hauptsächlich... Ja, ich hab' ja nicht bekommen, aber er hat's nicht geladen! Ah! Ah! Warte mal kurz! Ja! Ja! Janik! Dann war ich da noch! Dauer nach wen! Ich hab' dich auch schon mal eingeladen! Wieder zwei! Ja! Jetzt hab' ich noch eine bekommen! Jetzt hagelt die Einladungen! Ja! Natürlich! So! Du hörst die Geschichte hier mal an! Ah! Brauch' ich nicht! Da! Ah! Ihr Berg hatte! Ach so! Hab' ich! Okay! 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 Das ist jetzt ein neues Projekt! Sozusagen! Da ist jetzt ein neues Projekt! Du mein Hund! Okay! Nur ich bin so alt, ne! Alter Kerl hier! Das du mir recht gibst, das erfreut mich. Denk dir was, ein Spinnenauge. Könntest du bitte deinen Satz beenden? Den du vor... ach egal. Gurdl, in meinem Ofen ist noch Schweinefleisch, da kannst du dich ruhig dran bedienen. Natürlich nicht so arg, davon hätte ich auch noch gerne was. Ich weiß, ich hab gesagt, ich teile nicht, aber ich... Ich hab' einen Holzabfahrten. Oder spielt ihr schon lange? Ah, okay. Okay, passt. Und wie sieht der Plan so aus? Okay. Hier ist übrigens eine Tour, da ist ein Bett und eine Werkstatt drin. Okay, und wer dafür gibt diese... Ich geh' da einfach in irgendein Haus rein und nehm' die Werkbank her, gell? Da ist eine Tour, da ist ein Bett und eine Werkstatt drin. Komm mal mit. Hallo. 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 Komm mal mit. Ja. Okay, super. Du kannst in dieser Kiste ja lotsen, aber du kommst ja nicht mit. Achso. Holger, der Hände. Der Janik hat keine Füße. Ja. Achso. Der Baby. Ach. Eißig. Eißig ist drin. Eißig ist drin. Ja, ich hab' nichts dagegen. Okay. Ist jemand zwei Fäden? Ich hab' Fleisch. Das Gürtel immer noch nicht rausnehmen will. Ich hab's vergiftet. Hab's vergiftet. Das ist ein Holzblock. Ja, das war mein Hund. Hallo? Du darfst dich da nicht dran bedienen. Raus! Untergrösel. Oh, er ist ein Schild. Weg, Digga! 29 von diesen Schweinefleisch-Dingern da. Nicht cool. Da muss ein Steak. Er ist ein bisschen rumgelaufen. Pratisch in unserer Erde, oder was? Ja. Okay. Okay. Also... Das ist ein Brödelbächter. Okay. Ja, ich sag ja. Man kann da richtig was kriegen. Ein Bogen. Ähm, ich hab dir jetzt... Ich glaub's nur noch 10 und 10 hätte geschossen. Prödel, komm mal rein. Oh mein Gott. Ja. Ich kann dir auch ein bisschen Fleisch geben und so und... Pardon. Na gut, dann kriegst du's eben nicht. Bist du sogar selbst wenn du wirst? Sehr. Hörst du? Hörst du? Hörst du im Bogen? Kein Ding. Hörst du lieber bleiben, Kollege. Hörst du lieber bleiben, Kollege. Würd ich mal fragen, der Backwolf, der baut mal ein bisschen sein Haus aus. Hörst du ja schon auf der letzten Welt sehen, wie große Häuser ich doch bau. Aber das wird diesmal ein kleines. Ich baue auch gerne sehr große Häuser. Hörst du? Hörst du? Der Janik, der ist auch ein ganz letter. Sehr gut. Leiter brauchen wir. Ist so ein Geburdl? Ja, klar. Klar. Hallo, ey. Würdest du nicht machen, dafür hast du mich doch zu geahnt. Gib's zu. Ja, leider. Hat irgendwer zwei oder drei Fakteln über? Ich hab momentan nur Kohle dafür. Ich hätte 60 Stück. Ich brauch nur zwei. Jo, zwei oder drei. Wer hat mich grad gef... Ja, wenn ihr nicht fragt, macht Spaß. Ja.